sich richtig ausdoppen zu lassen ist einer der schlüssel zum erfolgreichen trading und genau darum geht es in diesem video also anschauen bitte ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem tradermacher kanal und ich wünsche euch ein schönes weihnachtsfest ich hoffe ihr habt ein paar nette tage im kreise von familie und oder freunden verbracht und habt einfach eine gute zeit die ihr genießen könnt der profi beschäftigt sich zuerst mit seinem potenziellen verlust und schaut dann wie er gewinne machen kann das klingt jetzt natürlich ein bisschen neunmal klug aber das ist ein ganz wesentlicher aspekt des tradings und wenn ich über die verlustbegrenzung spreche dann spreche ich natürlich auch über stops wo platziert man am besten einen stopp wie platziert man ihn am besten sollte man überhaupt platzieren da gibt es ja unterschiedliche theorien aus meiner sicht sind die ja die maßstäbe die regeln um die es geht aber relativ klar zu definieren etwas anderes ist es wenn keine chancengleichheit herrscht wenn wir also gegen einen gegner antreten der ein viel mächtigeres instrument hat als wir selber nämlich den kompletten einblick in das orderbuch diese informationen zu nutzen ist nicht durchgehend legal um es mal so zu formulieren und es gab in diesem jahr einen skandal der gar nicht so breit besprochen wurde aber in der szene sicherlich vielen bekannt ist und darauf möchte ich euch noch mal hinweisen beziehungsweise euch einen stand der dinge nennen bitte schaut mit mir auf den bildschirm so wir sind hier auf einer schweizer webseite in der dieser devisenskandal beschrieben wurde ich sage es euch ganz offen ich gehe in solchen fällen sehr gerne direkt auf eine seite und zeige euch insofern dann auch die quelle die ich für meine aussagen habe beziehungsweise zitiere direkt denn ja wenn man da irgendetwas falsch darstellt dann kann man sich relativ sicher sein dann gibt es ärger den möchte ich mir ersparen hier wird also beschrieben dass die credit swiss von amerikanischen behörden zur kasse gebeten ist wegen einer finanzaffäre ich gehe jetzt mal hier darüber hinaus ihr könnt euch das ja ansehen wenn ihr eingebt in die google suchmaschine credit swiss oder allgemein last look windows dann kommt ihr zu entsprechenden artikeln also wir gehen mal ganz kurz drauf was ist diese last look funktion damit können investmentbanker vor der definitiven platzierung der jeweiligen trades nochmal prüfen und zwar was können sie prüfen sie können prüfen ob die das geschäft ein risiko für die bank darstellt und das haben offensichtlich einige trader der bank genutzt um hier eine art von front running zu praktizieren das heißt also wenn ein händler will dass eine sell stop order ausgelöst wird dann kann er natürlich vorher short gehen löst dann selber durch eigene orders diese stop order aus weil er weiß ja dass dahinter mehrere orders sind die ausgeführt werden und führt schließt dann innerhalb dieses abverkaufs seine eigene position mit einem gewinn das ist natürlich ganz und gar überhaupt nicht im sinne der kunden das wurde offensichtlich sogar automatisiert gemacht und ja hier hielt die bank offensichtlich ihre devisenhändler an konsequent vom last look gebraucht zu machen und die bevorstehende trennung der investmentbank und des private banking wird die gewinne im devisengeschäft belasten ich möchte mit blick auf bessere gewinne zum last look anhalten also das ist natürlich ganz und gar nicht was sich eine bank an presse wünscht und es ist darüber hinaus auch schlicht und einfach nicht in ordnung und ganz offensichtlich entsprach es auch nicht den geltenden gesetzen denn die kreditswiss muss dafür zahlen das nur als kleiner hinweis worum es sich bei diesem last look window handelt so da ging es also um ja um betrug und vorteilnahme die einfach nicht erlaubt ist aber auch darüber hinaus passieren einfach fehler die nicht passieren sollten einen broker zu suchen ist natürlich ganz wichtig ein broker den ihr vertraut und wer eine hohe trading frequenz hat wird relativ schnell merken ja mit diesem broker fühle ich mich wohl oder nein da fühle ich mich nicht wohl und bitte daran denken dass natürlich nicht alle jedes ausstoppen gerade im euro us dollar ist es ja gar nicht so einfach da sind ja zig markt teilnehmer also da kann nicht einer den dollar euro zum us dollar mal eben 30 pips in eine richtung bewegen das wird sich dann vermutlich eher um kleinere basiswerte handeln und um urzeiten wo relativ wenig los ist in anderen basiswerten ist das praktisch ausgeschlossen sucht euch einen broker mit dem ihr gut zurecht kommt und dem ihr vertraut soweit dazu wo platziere ich also am besten mein stop und was sollte ich dabei beachten gar nicht so schwierig schaut mit mir bitte auf meinen bildschirm so das hier ist der euro zum us dollar bitte daran denken das video ist vorproduziert es geht hier nicht um ein aktuelles handelssignal bitte entschuldigt das ganze sieht natürlich nach so einem arbeitsschart aus ist es auch normalerweise wenn ich mit euch konkrete handelssignale bespreche dann lösche ich alles was schmückendes beiwerk ist lösche ich dann raus aus den charts damit besonders deutlich erkennbar wird worum es geht in diesem fall habe ich aber viele linien drin gelassen nur die indikatoren rausgenommen weil es genau um diese zahlreichen linien geht denn sofern man selbst wenn man eine passende strategie hat bleibt es nicht aus dass man ausgestoppt wird und zwar auch an punkten wo man das eigentlich gar nicht wollte der euro us dollar ist insofern ein ganz gutes beispiel weil er sehr volatil ist das gleiche gilt aber auch für alle anderen basiswerte das kann euch auch in einer aktie in einem index in einem rohstoff wo auch immer passieren es passiert tagtäglich auf verschiedensten zeitebenen dass ein markanter widerstand oder eine markante unterstützung sowie hier oben oder hier unten dass die erreicht werden unterschritten das ganze wird dann aber später nicht bestätigt und zwar auf allen zeitebenen wenn wir jetzt einfach nur mal das beispiel hier im tageschart nehmen dann erkennt ihr hier ist das obere retracement ja klar die experten werden bemerken dass ich es eigentlich andersrum hätte einzeichnen müssen ist aber für die retracement linie völlig egal es gibt auch noch ein weiteres retracement darüber aber das ist aus meiner sicht ein eine sehr wichtige marke häufig ist es so dass genau am 61,8er beziehungsweise dann 38,2er retracement dass dort eine erholung beziehungsweise eine konsolidierung dass die dort endet und dann wird die vorherige bewegung wieder aufgenommen haben wir auch schon mal besprochen in einem video da ging es glaube ich um das 61,8er retracement als letzten außenposten der bullen wichtig ist nur dieses retracement wird dann angelaufen steigt der basiswert darüber an dann geht es um einen neuen trend in diesem fall würde dann der euro zum us dollar seinen aufwärts gerichteten trend aus dem jahr 2017 wieder aufnehmen das gilt auch nach wie vor bei einem anstieg über 1,193 auf der anderen seite ist das aber eben auch ein geeigneter zeitpunkt um eine entgegengesetzte position einzunehmen weil hier eben oft dann die kraft fehlt noch weiter den kurs nach oben zu treiben so das sieht man sehr schön hier wenn ich jetzt beispielsweise eine analyse erstellt hätte und hätte gesagt hier ist ein geeigneter zeitpunkt zum für eine shortposition kann man darüber nachdenken stop ist tageschlusskurs oberhalb von 1,193 dann wird sich vielleicht hier wann war das eigentlich das war der 27 11 derjenige der das umgesetzt hat gedacht haben erichsen was soll es meine güte jetzt handelt der kurs wo waren wir in der spitze 1,196 schon 30 pips darüber du hast ja keine ahnung mit einer analyse verdammt warum habe ich diese position nur eröffnet das mache ich nie nie wieder ausgestoppt ausgestiegen und dann am ende des tages eine klar negative kerze die die analyse nur noch bestätigt spätestens hier wäre eine shortposition die logische konsequenz gewesen haben wir übrigens auch umgesetzt aber das hier ist eben dann der moment wo man zweifelt und wenn es aber auf schlusskurs basis geht dann darf man keinen festen stopp hier setzen oder nur einen notstopp der deutlich höher liegt wir kommen gleich noch drauf wo man so einen stopp am besten platziert denn nachher war das ganze in dem moment sind vielleicht viele ausgestoppt worden ich bin mir sogar sicher dass das geschehen ist am ende des tages waren sie aber alle traurig denn sie hätten es nicht sein müssen sind dann vielleicht wieder short gegangen aber auf jeden fall dann 30 40 50 pips tiefer und damit schlechter als vorher und solche beispiele findet man an sämtlichen unterstützung und widerstanden hier oben also sehr deutlich nur mal zu erkennen was hier im vier stunden chart passiert ist und ja ist immer wieder zu erkennen hier sah es zum beispiel so aus als ob diese unterstützung bei 1,1577 wo die nun herkommt spielt momentan gar keine rolle dass die unterboten wird es ging im tief bis auf 1,1553 also 25 oder 24 pips tiefer und wieder war der gedanken nee diesmal hält die unterstützung nicht tatsächlich war der schlusskurs auch dann darunter wurde allerdings auf tages schlusskurs war davon nichts mehr zu sehen denn in den nächsten stunden ging es wieder über diese linie rüber das kann natürlich passieren also kein mensch kann verhindern dass er mal ausgestoppt wird worum es mir aber geht ist zum einen zu beachten wie volatil ist so ein wert ich habe euch das mal in einen anderen basiswert beispielsweise eingefügt ja hier in den dow jones und ich habe in einem video schon mit euch mal diesen indikator namens q stop besprochen was macht dieser indikator er misst die volatilität eines basiswertes und zwar auf der zeiteinheit wie ihr sie euch vorstellt das her das hier wäre die zeiteinheit eines swing traders der schaut sich den tageschart an und der bleibt dann in einem laufenden trend auch investiert hier im dow jones gab es gemäß dieses trends praktisch gar keine möglichkeit auszusteigen ja okay hier wäre mal eine phase des zweifels gewesen im august 2017 aber absolut betrachtet sind das ja keine 100 punkte die der dow jones da gefallen ist also wenn wir da jetzt noch mal ein bisschen weiter rausgehen dann seht ihr der ist ja letztendlich ich will nicht sagen wie an der schnur gezogen aber der trend war zu jeder zeit aufwärts gerichtet was macht q stop schaut sich die volatilität an und berechnet dann wo potenziell ein stopp gesetzt werden kann und beschreibt das ganze auch denn wenn die das hier ist ein demokonto höhe 10.000 euro 9999 euro risikovorgabe war zwei prozent also mehr als zwei prozent soll das ganze nicht kosten wenn man ausgestoppt wird und hier wird dann beschrieben in punkten wie viel man kaufen kann bei diesem trade 0,09 lot entspricht dann also den 199 euro die man dort investieren kann so und man kann natürlich das ganze auch anpassen denn ob man die volatilität etwas enger wählt also etwas mehr luft gibt oder weniger das hängt natürlich auch davon ab wie schwankungsbreit ist denn dieser wert oder wie viel risiko bin ich bereit einzugehen ja ist ja nicht jeder ein swing trader der über viele tage und wochen investiert ist das bedeutet man kann hier den faktor beispielsweise ändern ich mache das jetzt nun mal auf damit es klar wird auf fünf und ihr seht sofort dann wird diese gemessene volatilität mal fünf genommen und insofern ist natürlich der stopp wesentlich weiter entfernt das ist vielleicht ja man darf es nicht vergessen hier ist der kurs und in der maximalen entfernung ist der kurs denn was sind wir hier 23.200 punkte ist hier der kurs und da liegt der stoppt dann hier unten aufgrund der also 700 punkte entfernt so das mag jetzt für einen trader natürlich viel viel zu weit sein aber für jemanden der vielleicht in positionen über viele monate oder gar jahre drin bleibt für den ist das ein durchaus gemessenes angemessenes risiko das sind ja unterm strich dreieinhalb prozent also wer dreieinhalb prozentiger stopp ist ja für einen investor wahrlich nicht viel für einen trader schon und auch dann macht das natürlich sinn denn ihr seht mit so einem stopp wäre man in diesem jahr im dow jones eben nie ausgestoppt worden so dafür ist eben qtrade ganz der qstop von qtrade ganz passend die kunden von mir beziehungsweise die über mein paket reingekommen sind die haben diesen indikator ja auch ansonsten könnt ihr ihn natürlich jederzeit haben einfach beim kundendienst bescheid sagen ihr seht hier habe ich das ganze nochmal bei der deutschen bank eingezeichnet ist natürlich sehr viel schwerer weil der trend jünger ist also die deutsche bank war eben nicht das ganze jahr 2017 im höhenflug sondern es ging monatelang abwärts und dann aufwärts hier habe ich jetzt mal einen stopp gewählt der für diesen wert passend wäre generell ist ein trading innerhalb eines trends natürlich immer einfacher so das wäre also eine möglichkeit oder ist die wesentliche möglich möglichkeit schaut euch die volatilität an und bleibt auf eurer zeitebene das nochmal hier zum euro us dollar gesagt wenn ich einen trade ja ihr schaut euch den euro us dollar an und ihr entscheidet ich möchte eine long oder shortposition eingeben gehen und zwar auf analyse des charts in tages auf tagesbasis dann sollten auch eure stops dementsprechend platziert werden sprich wenn ihr seht ihr habt hier eine volatilität dass der euro us dollar meistens ihr könnt euch ja den indikator dann einblenden lassen so um 20 30 40 pips überschießt ja dann setzt auch dementsprechend den stopp oder seid sogar so konsequent und setzt den stopp nicht fest im markt macht meinetwegen einen notstopp vielleicht 100 oder 150 pips entfernt falls irgendwas passiert dass ihr dann auf jeden fall noch rauskommt aus der position wenn auch mit einem höheren gewinn aber es gibt ja situation da muss man einfach raus also ein notstopp ist immer sinnvoll aber ansonsten eben die volatilität beachten und die volatilität ist auf tagesbasis natürlich eine ganz andere als auf 15 minuten basis auf 15 minuten basis gebt ihr natürlich nicht im schnitt immer 30 oder 40 pips luft weil ihr hier natürlich 30 oder 40 pips manchmal nur als ziel habt dann könnt ihr nicht ebenso viel als luft mitgeben ja so viel mal zu den stops es lohnt sich darüber gedanken zu machen und in einer der nächsten videos werden uns dann auch noch mal anschauen dass solche fehlsignale wie sie eben hier im euro us dollar beispielsweise aufgetaucht sind wo sind wir hier genau hier so etwas da schaut euch bitte auch noch mal das video an die magie der fehlsignale denn solche fehlsignale haben im jahr 2017 ganz fantastisch funktioniert sprich wenn es dazu kam also so ein fehlsignal zustande kam dann war mit einer hohen wahrscheinlichkeit hat dann eine bewegung in die entgegengesetzte richtung stattgefunden hat dieses jahr ganz hervorragend funktioniert so diese einfachen grundregeln beachten dann seid ihr ein gutes stück weiter und noch mal das video die magie der fehlsignale anschauen nicht weil ich nun besonders viele neue klicks darauf brauche sondern weil die methode so gut funktioniert ich glaube ich werde mir das ganze auch noch mal ansehen und vielleicht noch mal ein kleines update im kommenden jahr machen denn es hat wirklich gut funktioniert in diesem jahr und warum sollte es im nächsten jahr anders sein so so viel zu den stops wenn ihr fragen dazu habt dann stellt die sehr gerne in der kommentarfunktion ein habt verständnis dass ich vielleicht in den nächsten tagen nicht ganz so hochfrequent antworten kann denn auch für mich ist ja die zeit der besinnung und insofern lassen wir mal ein paar ruhige tage bevor wir dann anfang januar so richtig durchstarten und womit durchgestartet wird das werde ich euch auch noch rechtzeitig verraten für den moment wünsche ich euch erstmal noch ein frohes ausklingen des letzten festtages und dann viel spaß in der vorbereitung auf die jahresabschluss feier also macht's gut bis dann